Muffenmontiert, also Muffenmontage, Mittelspannung und ja, aber das möchte ich halt nicht weitermachen, die Freileitungstechnik. Warum nicht? Weil mich das nicht interessiert. Aber wenn Sie das nicht interessiert, warum sind Sie dann Elektriker geworden? Weil das gehört ja irgendwo dazu. Ja, es gibt ja verschiedene Fachrichtungen in der Elektrizität oder Elektrik und deshalb würde ich mich gerne für die Schaltschrankbauindustrie oder wie man das nennt. Also, das sage ich noch anders, das gucke ich noch nach. Und Sie haben sich ja nach Ihrem Schulweg, wo waren Sie zur Schule? Mittelschule in Ukraina. Aha, ja, Sie haben sich ja nach Ihrem Schulweg, wie ich hier sehe, als Elektriker bei der Firma Haupt geworben. Was waren also Ihre Gründe, als Elektriker tätig zu sein? Was war Ihre Motivation dahinter? Na, ich habe ja 2010, habe ich ja schon ein zweiwöchiges Betriebspraktikum bei Firma Haupt gemacht und da wollte ich halt sehen, ob der Beruf für mich was ist. Ja, und...